Musik Hi Freunde, ich bin's Romeo Gitano. Ihr habt ja vielleicht auch schon so ein bisschen mitgekriegt, dass da so wieder ein paar neue Sachen laufen. Ich habe ja ein bisschen Pause gemacht und ja, Bundeslöschen Song Contest 2012 steht an. Wir haben uns dafür beworben. Ich bin jetzt gerade hier im Studio mit meinen Jungs, um natürlich einen tollen Song auch zu produzieren. Den werdet ihr natürlich auch noch hören, ganz klar. Aber ja, ich wollte euch mal so ein bisschen auf den Laufenden halten. Es gibt jetzt auch ein Videotagebuch. Das ist sozusagen jetzt das erste Ding, was ihr sehen könnt. Ihr könnt das Ganze mitverfolgen. Ihr könnt mir Mails schreiben bei Facebook und so weiter und so fort. Ich würde es toll finden, auch wenn ihr Ideen habt und so weiter. Ja, und wir versuchen da wirklich so ein Burner-Ding zu machen. Ich freue mich richtig. Ich würde mich auch freuen, wenn es klappt. Ich bitte euch, Leute, unterstützt mich. Geht auf die Bundeslöschen Song Contest Seite bei 2012. schreibt Romeo Gitano für Bremen. Denn ich finde, es ist langsam an der Zeit, dass wirklich mal was Vernünftiges aus Bremen an den Start kommt, Leute. Letztes Jahr, mein Mann Flo Omega war schon top gewesen. Ich habe ihm die Daumen gedrückt. Leider haben wir es nicht ganz geschafft. Aber dieses Jahr, Leute, holen wir den Titel nach Bremen. Und ich würde mich freuen, wenn ich die Ehre haben darf, diesen Titel für uns zu holen. Also bitte, Leute, unterstützt mich. Unterstützt Romeo Gitano. Geht auf meine Romeo Gitano Fan Seite. Wenn ihr mit mir befreundet seid, könnt ihr natürlich auch auf meine Romeo Gitano Normale Seite gehen. Das ist alles kein Problem. Geht irgendwo rauf. Unterstützt mich. Schreibt euch die Finger wund. Romeo Gitano für Bremen. Egal, was ihr macht. Postet, macht. Tut dies. Ich bin für alles dankbar. Ich sage jetzt schon mal vielen, 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 vielen Dank. Ich und meine Jungs sind dabei. Wir geben 100% Power. Und wie gesagt, verfolgt dieses Videotagebuch, was wir machen. Wir werden immer so ein paar Dinge raushauen. Und wie gesagt, wir werden uns sehen. Unterstützt mich. Ich sage schon mal danke. Und hasta la vista, baby. Bis zum Glück.